Also die Stute ist drei Jahre alt und ist teils schwer zu reiten und ziemlich auch charaktermäßig ein bisschen anders. Und dann haben wir halt gedacht, wir stellen die auch mal in die Box und nach drei Tagen war halt schon ein Riesenunterschied auch vom Reiterlichen und so. Und auch im Gruppenverhalten auf der Herde fand ich war die auch besser. Die hat nicht mehr so rumgestänkert, die sieht nicht mehr so genervt aus im Stall und die ist einfach angenehmer geworden. Und ich glaube, dass es für sie auch jetzt ein schönes Leben ist, wenn sie nicht dauernd sauer ist oder nicht versteht, was man von ihr will. Und dann hat die Box ihr schon viel geholfen und es hat enorm viel geändert, auch vom Reiterlichen her. Es war viel angenehmer und ich bin davon überzeugt, dass es super war für sie.